So, sind die Aufträge weg? We need a free VD22 vehicle for the sea transportation system. Ja, akzeptiere halt. Müssen wir halt machen. Kann schon zwar einen Haufen Material und alles, aber gut. Ist ja schon egal. Mensch, ja! Ganz schon ein bisschen knatschig. Ach, nur eins! Und scheint da ja was mit free dran. Kannst du ja gleich abgeben. Check out! Hello! I have heard from Bresley that you have token and a commission making a DD transport for this vehicle. You will need parts made. I'm not sure of you how to process exactly. Come see me, Research Center, and explain more of the details. Petra. Du bist witzig! Ich hab das Ding schon! Kind! Ja! Bin so OP, Mann! Äh... Die... Die Klasse mit meiner Mama mit... Ja, komm! Steck's weg, Mann! Das war so viel Arbeit! Ich bin so viel gegründet! Mann! Warum? Warum? Ich muss heulen! Es wird echt weh, Mann! Ja, Arschloch hier, Antonio! Ja, Arschloch hier! Ja, Arschloch hier, Antonio! Der... Der... Der Geil... Das ist Bresley? Warte mal, du musst ja mal in das Rathaus, ne? Sie müssen ins Rathaus, ne? Ähh... Research Center, Towning Hall... Sie sind gleich nebenan? Hoffen wir mal ein Town Hall, ja, genau. Yo, take off my sketch. You need to go to the research center and talk with Petra. She should be able to help you. Thanks for coming. I've been real busy lately trying to figure out who the town thief is. Eh? Yes, haven't you heard? Someone has been stealing from our folks for the last couple of weeks now. Arlo has been heading the investigation, but it's strange. He's not stealing anything essential, just random trinkets. Okay. Anyway, enough about the thief. I asked you to come because I want to further develop the cave on Amber Island. That cave used to lead to a ruin, but due to an accident, the entrance was closed. This was some 40 years ago. Since then, there's been various rumors of it being haunted, which is nonsense. But, I think it's about time we used it in our favor. The haunted cave of Portia. Got a nice ring to it, doesn't it? There used to be a power generator in there somewhere. I'm commissioning you to fix it up and give it some juice. Arlo tells me we'll need to install a removable battery. So go do that. Then I'll get one of the Hulu brothers to get that place running. Ha! Ah, this will be a fine tourist attraction. Aha! Ah, removable battery. Charakter, we have a skill point, yeah, is egal. What do you want to do that? What do you want to do that? I want to do that. Ah, I want to do that. Endurance usage increased by three, by six. Check ich net. Ach, man. Wobei, die gibt's mehr Erfahrungspunkte, ne? Ja, komm. So, apply, gut, missions. Craft the tool, bin ich dabei. The last ring, talk of the plans, weiß nicht, wo die sind. Place the DD stops. Diagramm for DD stops. Talk the printer up, build a power generator. Oh, mein Gott. Naja, batteries, leidenschaften, Elektroautos und so weiter. Vielleicht darf ich den doch fahren, please. Oh, nur 200. Äh, ja Und dann will ich das verkaufen, geht das? Und Nö, das behalte ich So, dann müssen wir zu ihr Achso, ich bräuchte eigentlich zwei, ne? Egal, wir kaufen gleich noch einen Ja, wir haben Zeit, das passt Petra? Petra, Petra Ja Hab ich schon Okay, danke schön Ei, 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 ei So, jetzt kommen wir hier raus Dann braucht die Datadisks auf jeden Fall von uns Aber es ist echt bewölkt Schlechter Tag heute So, ich brauche nochmal eins, danke Boah, hab ich das ganze Geld? Achso, ich dachte schon, wir haben die ganze Kohle auf einmal her Ja, ist ja klar, wir haben ja gerade Tausende, 600 Parties Hey, 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 hey Yout proszę Der Items not available, ja, das denke ich mir. Ich habe da noch einen gebaut. Muss ich noch. Checkout. Wächst alles schön. Checkout. 15 Tage. Wie baue ich das? Ach so, Idiot Boogie. Du schaust mal Data Discs. Die Linse nimmt mir einmal kurz noch mit, aber jetzt möchte ich schon hier was gucken. Axt oder Spitzsack ist halt die Frage. Ich wäre eigentlich eher für die Axt. Drei Eisenbahnen. Beim Spitzsack kommt man eigentlich so weit gut vorwärts. So. So, perfekt. Ah, mein, der Firma wird eine Materialausgabe. Du Gott, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Äh, das Eishöken eigentlich noch schmelzen gerade. Oder? Carbon Steel, Chiracool, okay, ist egal. Feuer. Zwei Stunden braucht er noch. Ach so. Zwei von Tag. So, sieht wirklich ein bisschen anders aus. Müssen wir eigentlich noch kurz ein Holz nachlegen. Ja, da waren 56. Reicht uns jetzt noch zu ihr zurück? Ja, das sollte reichen. Zip, zip, zip. Feuer. D, 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 d. Nein, selbstverständlich kommen Sie am nächsten Tag wieder. Besuchen Sie uns noch einmal. Hurra. Ich finde es aber schade. Wie ist denn das eigentlich kurz? Äh, Missions? Bald die Power-Tranter und repare die Maschine inside the cave of Amber Island. Ah, okay. Inside the cave. You must repair it. And then we can start with Strom. Wir haben aktuell keins zu run. Oder? Haben wir Strom? Theoretisch nicht. Wir wollen eine Power-Stone. So ist aber keine Stromversorgung. Das heißt, es könnte interessant werden. Ries, wir auf Sender. So, Petra. Du hast sie. Great. Es wird ein bisschen Zeit, um alle Daten analysieren. Ich kontaktiere dich, wenn wir etwas haben. Gut. Merlin, können wir die ausfangen? Nö, nur reden. Ist mega geil. Verlassen wir sie. Tschüss. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ja, ich ziehe das Lidle an den Zettner. Weil es mal vor dem Kopf rumschwirrt. Warte mal, können wir noch eigentlich abkürzen. Lauf einmal einen langen Weg. Weil der drüben stein unsere Farm ist. Oder fast. Na, aber es ist kürzer. Ich weiß, wir können die ganze Axt ausprobieren. Geht es jetzt? Das geht. Geil. Vielleicht kommt ein anderer Drop runter. Yo. Ne, hat's zerfetzt. Wild Raccoon, Wood. Nein. Okay. Was kommt hier noch alles raus? Iron Wood. Geil. Brauchen wir schon wieder rein. Alter, wie easy das geht, ne? Mal kurz das Holz weggradiert. So. So. Dann müssen wir kurz aufräumen. Das, das. Ne, brauchst du uns kommen da nicht rein. Ah, holzkiste, holzkiste, holzkiste. Ich weiß, ich mit meiner Ordnung, aber das muss sein, sonst ändert es hier alles im Chaos. Und da habe ich echt null Bock drauf. So, dann brauchen wir, du kommst nicht rein, du kommst aber da rein. Du kommst da rein, du kommst da rein. Hä, ist das Naturkiste? Ja, ist Naturkiste. Oder Karten nicht. Ich geh doch mit dazu. Robert Zeug. Halt. Ein paar Steinchen kommen auch hier rein. So. Und du? Ah, die Copperplate-Dinger, ne? Fünf Stück haben wir. Wie viel haben wir hier noch? Drei. Ich brauche neun. Es fehlt noch einer, ne? Äh, 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 äh. Make faster. Äh, dürfte aber einer gleich fertig sein. Glaube ich. Alter. Warten wir jetzt hier noch? Ich denke schon. Däh, 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 däh. Oh, der war doch nicht. Äh, die meldet sich bei uns. Was kann man sonst noch tun? Äh, talk of the plants, play stop, crafting tool. Ja, der Michael ist dabei. Ach, du musst mit einem Eimerick fertig sein. Oder? Jetzt viel Stück. Äh, doch eins, du bist gleich. Komm, drei, zwei, eins. Yes. Nice. So. Heiliges Gerät. Komm, du, der Farm. Miau. Schön, wie hier das Getreide wächst, Mann. Gott, glaubt ihr, wie viel Kohle das hier ist, was sie hier schürfen. So. One hit down, Mann. Einfach one hit. Und ich sparte Energie, wie so. Däh, 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 däh. Däh, 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 däh. Später eine Kettenwege. Das sind ja auch die großen Bäume. Ich glaube, wir können schnell Reise dann machen. Gehen dann die, die Stations ran. Oder können wir schnell Reise machen. Zumindest etwas, was dann gut ist. Weil ich sie auch eigentlich voll für den Arsch ist. Deswegen gehen wir in ein paar Metern, laufe ich doch. Da brauche ich keine Putzstation. Ey, die entfernen die Dinger, die sind wichtig. So, warte kurz. Achso, warten wir jetzt hier rein. Vielleicht, wie kann ich's besser aus Bauer? Sonst sind wir warten bis Winter. Ich bin Angst, die Reliken zu benutzen. Die Kirche hat uns gesagt, sie zu benutzen, so wenig wie möglich zu benutzen. Schade Dinge passieren, wenn sie sie benutzen. Du bist Angst, dass alles zu tun. Wir haben keine andere Wahl. Geh jetzt und versuchen sie. Ah, guck mal, die verziehen sich doch. Ich glaube, sie haben noch einen Soundpack. Yes, Strike! Sie haben eigentlich verlassen. Ich kann es nicht glauben. Hier ist deine Kommissionabendung. Du hast es gehört. Danke. Das hat eigentlich funktioniert. Wow. Vielleicht werde ich ein paar von dir in Zukunft orderchen. Okay, danke. Wenn das Pan-Bat-Issue geschlossen wurde, müssen wir schnell um unsere Bäume zu verhindern. Die Pan-Bats haben viel Wasser und Nutrienten genommen. Wir brauchen eine schnellere Art, um sie zu verhindern. Wir werden dich für diesen Job verhindern. Können Sie uns helfen? Danke! Petra hat gesagt, sie wusste etwas über ein Erregungssystem. Vielleicht sollten Sie mit ihr sprechen. Das kann ich erst morgen machen. Läuft die Mission aus, oder? Ne, 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 ne. Tut sie nicht. Gut. Irrigation System. Da muss ich mit Petra reden. Ja, die, die jetzt... Oh, Frame Drop! Die hat schon drauf, diese Petra, ne? Schon heißes Schick. Nice, nice. Auf jeden Fall. So. Wie schnell kann ich dich fällen? Oh, getüge ich. Für den Schläge. Später kennen Sie, okay? Gib ihm. Zack. 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 Weil, ne, das ist... Die können wir jetzt nicht, da können wir jetzt heute nehmen. Das müssen wir morgen machen. Lalalala. Äh, wir können aber noch kurz mit der Spitzhacke hier. Was, das Klopfer? Die müssen wir auch als nächstes upgraden, auf jeden Fall. Bei mir haben wir eigentlich die Kohle rum. Machen wir es nicht. Why not? Weil das Marble brauchen wir auf jeden Fall noch öfters. So, weiß, wir gucken kurz nach, was wir da verbrauchen. Wenn wir schon nicht autofahren können, dann machen wir ein anderes Zeug. Hä? Was ist da unten jetzt los? Na, Kreuzung. Achso. Wie geht der mir? Ja, ich lach gerade. Was bringt das Beaker, wenn ich ihn bei mir aufstelle? Maximal 20 Hälfte. Ja, okay, gut. Damit lässt sich leben. Äh, warte mal kurz. Wie sieht's hier aus? Bau noch 13 Stunden. Braucht Zeit, braucht Zeit, braucht Zeit. Gut. Äh, kurz als Kiste. Äh, zip, zip. Äh, zip, zip. Äh. Äh. Kupfer, das ist Stein und Sand. Steine, scheiß auf Stein, alter. Wir brauchen noch eine zweite Kiste auf jeden Fall, das steht fest. Für Stein und Stoff. Äh. Machen wir uns gleich. Äh, gib mal her. Brauche ich auch Planks dafür, wenn ich es noch richtig weiß, gell? Äh, deh, 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 deh. Das war hier. Äh, wooden storage. Machen wir gleich sowas? Bronzeplatten und ein Glas. Haben wir das? Lässt sich einrichten. Wo die Schneidmaschine ist, beschäftigt. Okay, dann sollt ihr morgen Bronzeplatten machen. Machen wir uns große Kisten jetzt, sonst müssen wir einen Platz haben. Und dann brauchen wir noch Glas, das müssen wir brennen. Oh, das geht jetzt in Großauftrag. Feier. Zehn Stück. Einen Tag. Auffüllen. So, Großauftrag von Glas wird erstellt, bitte. Dankeschön. Ja, auch auffüllen. Oh, jetzt komm ich schnell ran. Auffüllen. Glas. Zehn Stück. Feier. So, auffüllen. Glas. Na, Kraft. Zehn Stück. So, ist aufgefüllt. Perfekt. Feier. Und hier auch kurz. Feier. Und der brennt immer noch Eisen. Sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt nachlegen, oder? Nö, aber machen wir. Wir haben ja das Holz. Oh, wobei, wir haben immer noch. Juhu. So, das kommt mit Holz klatschen lassen. Krasser Shit. Sehr gut. So, das kommt zurück. Äh, das können wir einmal kurz rein. Alter, haben wir jetzt gleich... Äh, wir sind mit Vollfüßchen verheizt. Huuu. Und haben wir es halt hier drin. Oh shit. Hey, wo kennt's denn? Ähm. Halala. Ich hab nichts gesagt. Äh, 2083 haben wir jetzt... Äh, machen wir jetzt noch was geschwindet? Ich überleg. Bäume braucht man nicht. Äh, hier. Boombox. So, was geht hier? Attack war noch cool. Muss ich mal gucken, wie ich das auffülle. So, erstmal schlafe. Confirm. So, dann machen wir kurz einen Cut. Und ich bin gleich wieder für Sie da. Sagen wir mal einen Sekunde, bitte. Sagen wir mal, ich heiße Sie, dass wir kommen zurück am Stück. Äh, bei My Time mit Portia. Ach, du hast bestens den Stream dabei. Ah, okay, dann passt es ja. Sehr schön. So, weiter geht's. Aber du hast ein kleines bisschen was verpasst schon. Aber gut, es ist eine Stunde 18. Das ist in Ordnung. D-d-d-d-d. Wo war ich stehen geblieben? D-d-d-d. Habe ich Holz am Start? Äh, hier. Zip. Äh, 23 Stunden. Ah, das wird nicht gleich. Okay. Müssen wir dann nachlegen. Und das müssen wir dann mal verschieben hier. Das ist irgendwie, irgendwie hockt das komisch, das Teil. So, unsere industrielle Produktion hier. Scheiß drauf, zerstör die Umwelt. Hashtag. So, auffüllen. Zack. So, und auffüllen. Und weiter geht der Spaß. Yay. So, und nochmal auffüllen. Es gibt es 19 Stunden, das braucht noch. 23, wir müssen nochmal nachladen. Ich rasch da aus. So, 5 Minuten nebst du noch. Ist egal, nachfüllen. So. Ich hoffe, wir kriegen da in der Schrelle Backeöfen irgendwann. Mit Strom funktionieren. Äh, 18 Glasplatten. Äh. Wozu brauchte ich die Körperdinger? Äh. Ah, ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Nein, ich brauch das andere Zeug. Äh. Dich. Du bist fertig, ne? Zitat. Ich habe vergessen, auf der Aufnahmetaste zu drücken. Deine Lieblingstaste. Nee, 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 nee. Da habe ich diesmal dran gedacht. Mein Freund. Da habe ich dran gedacht. Aber danke für die Erinnerung. Meine schlimme Erinnerung. So, da musst du erst mal schneiden. Dann kommt das auch da rein. Was? Nein. Mein ganzes Brose ist weg. Es war 30 Platten. 30. Ich kotze. Nee, cancel, 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 cancel. Wie lange braucht es das noch? 11 Stunden. Okay. Oh, sie haben Post. Von Petra. Öffnen. Äh. Die Daten, die wir uns gegeben haben, waren sehr informiert. Äh, von den Finden, waren wir die Diagramme für ein Deep Deep Stop-Sign. Ich hoffe, dass ihr das sinnvoll findet. Das Diagramme ist verbunden. Deep Deep Stop-Station. Okay. Äh, ist das hier? Ist das hier? Ist das hier? Achso, warte mal. Das wird wahrscheinlich hier drin sein, oder? Äh. Bronze. Acht Stück. Zwei Springfedern. Das Ding habe ich ja schon fast. Äh. Wie viele Steinplatten habe ich? Okay, frage ich kurz hier. Was brauche ich für eine bessere Spitzhacke? Zwei Upgrade-Kids. Okay, gut. Dann holen wir uns mal kurz zwei Upgrade-Kids. Ich muss mal andere Zeug noch machen. Aber dann müssen wir bei der noch kurz vorbei wahrscheinlich, ne? Ist egal. In der Stunde nicht viel. Ich habe das Auto fertiggestellt mit einer erschreckten Erkenntnis, dass wir damit nicht fahren können. Ja, ich habe in der Wiki nachgeschaut. Genau. Und zwar, warum die es in Small Engine findet. Haben gefunden. So. Äh. Zwei Stück. Das sieht hier aus. Ah, ich kann mir noch Steine verkaufen. Perfekt. Ja, viel Spaß. Tschüss. So. Mal 15 für einen Stein. Hehehehe. So, dann müssen wir doch erstmal zu ihr. Dann kriegt sie uns was eins. Das, 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 das Rezept dafür. Äh, Petra, 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 Petra. Something to revive the trees. The ancients used many elaborate irrigation systems. I read quite a bit about them. For this will need six data disks. Since you're building an irrigation system, you'll need something called a small engine. It's the machine that drives our cars and flies some of our planes. Ja, kennen wir doch schon, hä? Bist du gerade doof? Das ist gerade komisch. Ich habe dir doch euer erst Material gebraucht. Jetzt will ich nochmal sechs data disks. Alter, was geht mir der für einen Film? Vielleicht hat er sechs Stück, selten in der Treeform. Ach so, für das wieder, äh, ja. Wir können jetzt Stop Science bauen. Ah, da sind wir noch nicht laut draus geworden, ne? Ja, super. Äh, mit dem Small Engine kann man auch so ein Didi-Car bauen, was ich da selbst das letzte Mal versucht habe, verzweifelt zu basteln. Nur das Problem ist, wir können damit nicht rumfahren. Also man kann nur so schnell Reisepunkte scheinbar mitmachen. Äh, die braucht sechs data disks. Ja, wir haben es ja, ne? Oh Mann. Äh, Sekunde kurz. So, Iron Pickaxe, bitte, danke. So, sehr schön. So, dann gehen wir ganz kurz nochmal zu ihr. Äh, brauche noch. Gut. Solche Dinge müssen wir jetzt eigentlich bauen. Ich weiß nicht mehr wie. Müssen wir noch gucken. Irgendwie müssen wir das noch hinkriegen. Und ich hätte so gern irgendwie einen fahrbaren Untersatz. Was wäre da andauernd weglaufen? Das ist so traurig. Das ist echt übel. Ich weiß nicht, wo wir es hernehmen sollen. Achso, wir haben Eisenbahnen in der Hand. Okay, ist auch nicht so richtig klug. Mit dem Auto, ja. Abgesehen davon, dass ich nicht mitfahren kann. Ja. Wir müssen jetzt doch irgendwie diese Pitstops machen. Das heißt, die Schnellreise. Hier. Du hast sie, großartig. Es wird lange dauert, um alle Daten analysieren. Ich werde... Ja, Kontext später. Diagramm. Habe ich jetzt, wie man immer getan hat, oder hä? Handbook. Bombo, Sybil, Lautsprecher, Grill, Water Tank, Didi, Wood, Sybil, Basics, Zone Furnage, nö? Jetzt brauche ich ein Sybil Furnage. Wahrscheinlich Step by Step, ne? Dann müssen wir noch Bronze schmelzen. De, 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 de. Ausdauerprobleme, Evidestanz. Ich hoffe, es gibt kein Level Cap. Hui. Wie mal ein Problem. Ich habe die Wand drüber glitscht. So, yeah, scheiß drauf. So, habe jetzt mal Spaß beiseite. Wir brauchen... Erstmal kurz aufräumen. So, kommst du wieder weg. Dann kommst du wieder weg. Deswegen haben wir am Voraus schon gebrannt. Dann brauche ich aber... Ich habe noch nichts frei hier, ne? 18 Stunden danach. Ne, das ist frühestens morgen was. Oder 19 Minuten, sehe ich gerade. 16, 15, perfekt. Dann grillen wir es an dem. Zip, zip. Und zip. Und kurz Holz mit. Und so. 9 Minuten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Fertig. So. Sub, sub, sub. Geht es mit dem eigentlich schneller? Dann brauchen wir 14 Glas im Grunde. 2 Stunden 48. Das heißt, er braucht 24 Stunden. Ich glaube, mit dem geht es schneller. Mit dem brauchen wir da, ne? 2, 48 braucht er vereinbare. Das müssen wir uns mal merken. Wobei, einfach mal was können. Wir gucken mal kurz nach. Ja, mit dem geht es schneller. Und zwar einiges. Okay, dann wird er mir herkommen. Und diese Infrastruktur hier killer. Und dann ist es so ein Mega-Dinger bauer da. Dann fliege die jetzt raus. Die Förder ist hier, die kleinen. Brauchen wir zu lange. Weil die Kosten günstig sind einfach zum Durchbrennen. Ereicht es eigentlich. Genau genommen. So. Sub, sub. Sub, sub. Und Holz haben wir noch. Warte, ich muss hier, glaube ich, noch nachlegen. Glas. Ja, ja, müssen wir nachlegen. Ja, super. Vor allem, wenn die schneller brennen und weniger Holz verblasen, dann ist es eigentlich auch gut. Vor allem, warum sind wir so viel drin? Ja, Mann. Schlecht sind die eigentlich nicht. Muss man dann nur mal gucken, was die große kostet. So, und dich noch. So, wir sind uns eigentlich echt immer zeitlich beeiler, weil es zeitlich alles irgendwie immer so knapp ist. Deh, 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 deh. Achso, er kann doch nichts machen dran. Geh weg. Drei. So, dich noch. Zack. Bäm. Den fetten Brummer. Kommt, vielleicht kommt da was anderes raus. Können wir jetzt mal gucken. Oh, Tainor. Anders Zeug. Achso, Gather. Ja, sorry. Ha! Kann ich draufschlagen. So, wir wollen nicht die dunklen für den Marble. Äh, ja. Da, da glaube ich keins drin, meine ich. Oder doch, die waren es, glaube ich, sogar. Ah, die Han Marble. Sehr gut. Ja, da glaube ich.